Musik Also mein Name ist Patrick Sandner, ich bin 20 Jahre alt und reite seitdem ich 7 Jahre alt bin. Was mir so im Laufe der Zeit aufgefallen ist, ist, dass für die Pferde das unheimlich wichtig ist, dass man seine Ruhe hat, dass man in Ruhe trainieren kann. Und ich denke, dass gerade hier auf der Anlage das Besondere, hier stehen gerade mal 20 Pferde, 6 davon sind von uns, Richtung Ritual, dass ich wirklich immer nochmal, selbst wenn ich nicht das Pferd selbst fertig gemacht habe, nochmal über alles rüber gucke und ich möchte wirklich alles picobello haben, sei es wie die Trenze sitzt, wie der Sattel sitzt. Zum Reitsport kam ich durch meine Eltern, beide früher ambitionierte Reiter, meine Mutter eher hobbymäßig, mein Vater auch turniermäßig. Ein gutes Pferd macht für mich aus, dass es ehrlich ist, dass es gerade im Springfjord auch Spaß an der Sache hat und nicht gezwungen wirkt. Ich denke, dass so ein gewisses Gefühl von Zwang deutlich die Qualität nennt. Ich denke, mein Vater, der den LKW fährt. Musik 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 Musik